Herzlich Willkommen im Gasthaus Waldmutter in Sendenhorst bei Münster. Seit mehr als 130 Jahren führen wir unseren Familienbetrieb und überzeugen seit jeher mit herzlichem Service. Übernachten Sie in unserem Haus und erholen Sie sich in unseren liebevoll eingerichteten Zimmern. Hier trifft Tradition auf Moderne. Gerne können Sie unsere hellen Räumlichkeiten auch für Tagungen und Feierlichkeiten aller Art mieten. Und wenn Sie Hunger bekommen, können Sie in unserem gutbürgerlichen Restaurant einkehren. Hier erwartet Sie abwechslungsreiche Küche und eine traditionell gemütliche Atmosphäre. Jeden Morgen servieren wir unseren Gästen ein reichhaltiges Frühstück. Doch auch unser Mittagstisch und unsere Abendkarte in bester Waldmutterqualität sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ein weiteres Highlight ist unsere Bundeskegelbahn. Verbringen Sie doch hier einen geselligen Abend mit Familie und Freunden. Ob bei kühlem Bier oder hausgemachtem Kuchen, besonders im Sommer empfehlen wir unseren sonnigen Biergarten. Auch die Kleinen können sich hier richtig austoben. Besuchen Sie den Gasthof Waldmutter bei Münster. Wir freuen uns auf Sie!